Hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Heute sprechen wir über den Kia EV9, denn ab heute kann man dieses Fahrzeug noch nicht im Konfigurator zwar frei konfigurieren und bestellen, aber ab heute sind alle Preise bekannt und alle Informationen und wir gucken uns einfach mal gemeinsam die neue Preisliste an. Vorher natürlich der Hinweis, wir laden mit Maingau Autostrom. Weitere Informationen zu unserem Ladepartner findet ihr unter diesem Video in der Infobox verlinkt und richtig schnell laden kann natürlich auch der Kia EV9, denn der basiert auf der 800-Volt-Technik. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal gemeinsam die Preisliste an und da sehen wir sie jetzt hier schon. Reduktionsgetriebe, klar, und der Motor mit 99,8 Kilowattstunden Batterie, einmal als RWD, also als Hinterradantriebsvariante oder halt mit Allradantrieb. Dazu haben wir einen Stromverbrauch, auch den geben wir direkt auf der ersten Seite an mit 20,2 für die RWD-Variante und 22,3 für die AWD-Variante, allerdings nur in Verbindung mit den 19 Zöller. Wählt man die optionalen 21 Zöller sind es schon 22,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Damit haben wir die wichtigsten Werte schon mal weg. Kommen wir jetzt zur Preisgestaltung. Der Kia EV9, da sprechen wir jetzt von den Ausstattungshighlights, da sind natürlich nicht immer alles da drin, aber der Kia EV9 startet ab einem Preis von 72.490 Euro. Dann haben wir die 19 Zöller-Leichtmetallfelgen, den aktiven Spurhalteassistent mit dem korrigierenden Lenkeingriff. Es ist also wirklich so, der hält euch dann quasi in der Spur. Aktiver Totwinkelassistent, der funktioniert richtig gut, sage ich ganz ehrlich. Wir haben den Ausstiegsassistent, das heißt, der schützt auch nochmal euch, wenn ihr die Tür öffnet. Nicht nur euch, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Ambientebeleuchtung, Außenspiegel, beheizbar, elektrisch einstellbar. Wir gehen da jetzt mal so ein bisschen drüber weg. Batterie-Vorheizsystem, das ist natürlich wichtig, um die Batterie vorzukonditionieren, um dann auch im Winter oder bei winterlichen Temperaturen eine ideale Ladegeschwindigkeit an der Ladesäule hinzubekommen. Digital Key, Drive Mode Select, also die Auswahl der verschiedenen Fahrmodi. Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar, Ferneentregung für die zweite Sitzreihe, Fingerabdruckerkennung. Ihr kennt das Ganze mittlerweile, man kann seinen Fingerabdruck quasi anlernen. Front-Kollisionswarner, wir haben vorhin einen Frunk, ABD-Variante 52 Liter, bei der hinterradangetriebenen Variante ist es 90 Liter. Geschwindigkeitsregelanlage und so weiter, Hecklappe elektrisch, das heißt, ihr bekommt quasi eigentlich alles, was ihr braucht, schon in der Grundausstattung. Ja, da geht's los, wie gesagt, ab 72.490 Euro. Wählt ihr den EV9 als GT-Line, dann sind es schon 82.380 Euro. Da habt ihr dann die 21 Zoll Felgen, die adaptiven Dual-LED-Scheinwerfer, wie gesagt, den aktiven Totwinkelassistent mit der Monitoranzeige direkt vor euch im Display, Fahrersitz mit Massagefunktion, das ist eigentlich immer ganz angenehm, auf längeren Strecken vor allem. Dann haben wir das Head-Up-Display, was ich persönlich richtig gut finde. Innenspiegel selbst abblenden und digital, Lenkrad elektrisch, Höhen- und Tiefenverstellbar, sonst ist es manuell. Memory-Funktion für den Fahrersitz, Lenkrad und Außenspiegel. Dann haben wir den Premium-Sitz für den Beifahrer, natürlich auch für den Fahrer. Wir haben das Remote Smart Parking, das heißt, man kann über die Fernbedienung, also über den Schlüssel oder halt über den Smart Key oder halt über die App des Autos steuern, zum Ein- und Ausparken, damit man besser ein- und aussteigen kann. Die Rundum-Sicht-Kamera, die auch richtig gut ist und dann hatten wir halt die GT-Line-Sitze und die Sportpedale. Dann startet das Ganze ab 82.380 Euro. So, und jetzt werfen wir nochmal einen Blick hier auf die genauen technischen Daten. Wählen wir den EV9 mit der 150 kW-Variante, sind wir bei, wie gesagt, 72.490 Euro. Nehmen wir die 283 kW-Variante, sprich den Allradantrieb, sind wir bei 76.490 Euro. Die maximale Reichweite dann 503 mit Allrad, 541 Kilometer mit dem Heckantrieb. Als GT-Line, also als Top-Variante weiterhin 82.380 Euro, Reichweite 497 liegt an den größeren Rädern vor allem. So, wir gucken, was wir sonst nochmal optional hinzubestellen können. Ihr seht, eigentlich ist immer alles dabei. 21-Zoll-Räder gibt es nur für die GT-Line, das heißt, wir kriegen die nicht auf dem normalen EV9, zumindest nicht ab Werk. Dachhimmel schwarz gibt es auch nur in der GT-Line, das heißt, wer einen schwarzen Dachhimmel haben möchte. Lenkrad ist klar. So, da kommen wir zu den Optionalitäten. Ich kann mir für den normalen EV9 das Head-Up-Display noch hinzubestellen und auch die Rundum-Sicht-Kamera mit dem Surround-View-Monitor und den aktiven Ton-Winkel-Assistenten mit der Monitor-Anzeige zahle ich 1590 Euro Aufpreis. Und wenn ich die Premium-Sitze haben will, sind es 1490 Euro. Das Einzige, was ich mir noch in der GT-Line hinzukonfigurieren kann, hier ist ein Ablagefach für 990 Euro und die Einzelsitze in der zweiten Reihe. Die gibt es auch nur aktuell in der GT-Line. Das heißt, wer die Einzelsitze hinten in der zweiten Reihe haben möchte, muss die GT-Line wählen. Der digitale Außenspiegel, wer die haben möchte, ist ebenfalls aktuell nur in der GT-Line verfügbar, 1190 Euro. Würde ich persönlich aber sagen, bevor ihr die wählt, die digitalen Außenspiegel, guckt euch das erstmal an, ob das was für euch ist. Es ist nichts für jedermann, sage ich ganz ehrlich. Duales Panorama-Glasdach, 990 Euro, gibt es für beide. Ladeadapter-Schutzkontaktstecker auf Typ 2, 259 Euro. Kann man auch günstiger bestellen. Wallbox, Pulsar Plus, 11 kW, 652,29 Euro, zuzüglich Montage. Ich sage mal, da gibt es mittlerweile bessere Anbieter. Einen kennt ihr davon schon durch unsere Videos. Wanderhalterung für Kabel, zuzüglich Montage, 43,82 Euro. So, dann kommen wir zu den Außenfarben. Schwarzmetallic ist dabei, Pebble Gray ist dabei oder das Grüne und das Rote auch. Nur Snow White Pearl kostet 200 Euro Aufpreis. Es sei denn, ihr wollt das schöne Silber, das Matte haben, 1800 Euro. Das gibt es dann nur für den normalen EV9. Und das Ocean Blue Matte, also die Signature-Farbe quasi, die gibt es für 1800 Euro nur für den GT. So, bei den Innenraumvarianten habt ihr hier noch die Möglichkeit, das Ganze in Dunkel zu haben. Oder halt auch in Lederoptik, in Hell, in Zweifarbigkeit. Ja, und das könnt ihr halt auswählen. Hier seht ihr nochmal die Farben und hier seht ihr nochmal die Felgen. So, und die ganzen technischen Daten, die sind ja eigentlich bekannt. Wir reden aber nochmal ganz kurz über die Ladeleistung. 350 kW, also an einer 350 kW Ladesäule, soll es ca. 24 Minuten dauern, um von 10 auf 80% State of Charge wieder aufgeladen zu sein. Das betrifft beide Modelle, ist ja in beiden der gleiche Akku verbaut. Dreiphasig AC mit 10,5, da punktet er nicht unbedingt. Da kann er maximal mit 11 kW ja quasi laden, an der Typ-2-Ladesäule bzw. an der heimischen Wallbox. Da hätte ich es schon besser gefunden. Gerade bei dem großen Akku, 22 kW Onboard-Charger, das wäre doch wirklich ein Mehrgewinn. Dann könnte man nämlich an inneren, also an innerstädtischen Ladesäulen auch ein bisschen Zeit wieder gut machen. Beziehungsweise nach dem normalen Shopping-Einkauf oder nach dem Essen gehen, hat man dann halt auch wieder ein bisschen Reichweite drin. Das mag ich persönlich mittlerweile bei den anderen Fahrzeugen, die das haben, dass man halt steht, er lädt, er einfach viel mehr Strom mitnehmen kann. Zumal die Preise ja dementsprechend auch die gleichen schon fast sind bei den meisten. So, Anzahl der Sitze, 7 optional 6. Wie gesagt, optional 6 allerdings nur in der GT-Variante. Anzahl der Türen 5 ist auch klar. Ja, ansonsten haben wir hier keine großen technischen Überraschungen mehr in der neuen Preisliste, die uns irgendwie überraschen. Wir können uns nochmal ganz kurz hier die Abmessung angucken. Das Fahrzeug ist 5 Meter und eins lang. Radstand von 3,10 Meter, der kommt hier definitiv den Insassen zugute. Als GT-Line ist er ein bisschen länger hier, weil er nochmal hier die anderen Stoßfänge hat. 1,78 Meter hoch mit der Dachreling, 1,75 Meter hoch hier als normale Variante und 1,98 Meter breit, aber da gemessen ohne Außenspiegel. Haben wir noch die Breite mit Außenspiegel? Ich schaue mal ganz kurz nach. Manchmal wird es ja angegeben. Hm, Spurweite. Inklusive Außenspiegel 2,30 Meter. Das heißt definitiv zu breit das Fahrzeug für die meisten Autobahnbaustellen. Definitiv. Also linke Spur ist da nicht. Da müsst ihr euch leider hinten rechts anhalten. Das müsst ihr auch, wenn ihr Anhänger zieht. Und das kann der Wagen. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Anhängelast an. Und da seht ihr schon was. Stützlast 45 Kilogramm bei der Version mit RWD und 125 Kilogramm bei der Version mit dem Allradantrieb. Allradantrieb, das zeichnet sich jetzt auch einfach wieder bei der Anhängelast, deren die Variante mit dem Allradantrieb auf 2,5 Tonnen ziehen. Die Version mit dem Hinterradantrieb nur 900 Kilogramm. Ungebremst sind es 450 beziehungsweise die obligatorischen 750 beim Allradantrieb. Die Dachlast, das ist die dynamische Dachlast, wird angegeben mit 65 Kilogramm bei der Version mit dem Hinterradantrieb und 100 Kilogramm bei der Version mit Allradantrieb. Das heißt, alle, die die Anhänger ziehen wollen oder auch Fahrradträger nutzen wollen, ja, denen muss ich einfach raten, nehmt die Variante mit Allradantrieb. Und klar, dann habt ihr auch die bessere Ausstattung wahrscheinlich. Gerade wenn ihr dann sagt, komm, dann nehme ich auch noch die Version mit GT-Line. Dann macht es vielleicht auch nochmal Sinn. Aber im Grunde genommen kann ich hier einfach nur sagen, alle, die Anhänger ziehen wollen und müssen, müssten die Allradvariante nehmen. Punkt. Ende aus. Da gibt es keine andere Kaufempfehlung. Aber die Allradvariante gibt es ja auch jetzt für den Aufpreis von 4.000 Euro, ja, mit der in der normalen Variante. Während natürlich die GT-Line immer Allrad hat. Das heißt, da könnt ihr einfach nochmal ausrechnen, nachher ist euch da der Aufpreis was wert oder nicht. Das müsst ihr selber entscheiden. Und ja, das ist er. Das ist der Kia EV9. Den Wagen haben wir euch schon vorgestellt. Die Videos habe ich hier verlinkt. Und jetzt haben wir einfach nochmal über die aktuellen Preise und Daten gesprochen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen über ein Like, über ein Abo natürlich für den Kanal. Und wir lieben den Dialog mit euch. Deswegen schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu der Preisgestaltung unten in die Kommentare. Und dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion. Euer Jens. Ciao.